Musik Hallo liebe Leute, ich sitze hier am Steinkanten von Langeness. Wir haben heute September und die Saison 2016, Kultur auf den Halligen, hat ein Saisonende gefunden, ein Abschluss. Ja, ich bin Heini von Roll, der Kapitän hier vom Seeabler und ich fahre das Schiff, ich fahre die Künstler und die Gäste von Langeness. Hallo, ich bin Christiane, ich bin für die Gäste- und Künstlerbetreuung zuständig und ich freue mich schon total auf nächstes Jahr. Mir gefällt am besten an dieser Veranstaltung alles, die Atmosphäre, die Musik, alles. Ich bin Hartmut und ich baue hier auf. Ich bin Nico, ich fahre Träger. Ich bin Jörg und ich baue hier an. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Seid ihr auch dabei. Ich bin Meide Caro und zusammen mit meinem Team hier auf Illegendlei machen wir das Catering für die Konzerte. Wir grillen, was das Zeug hält, das Beste vom Schwein. Das Schönste an der ganzen Reihe ist, wenn man weiß, dass man etwas tut und ihr immer wieder kommt. Ich weiß das sehr zu schätzen oder auch wir als Team und bedanke uns recht, recht herzlich, dass ihr uns seit 2009 die Stange haltet. Und ich verspreche euch, 2017 geben wir Vollgas und es kommen einige Highlights. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke! Wart ihr das erste Mal hier? Das erste Mal, ja. Echt? Ja. Und? 2017? Hört sich gut an. Es war super geil. Will ich wiederhaben. Nächstes Jahr auf alle Fälle wieder. Und wie war's? Hervorragend. Super gut! Jo, das hat sich eh gelohnt. Ach, das Gesamtpaket war super. Warst du schon öfters hier? Nein. Erste Mal, aber nicht das letzte Mal. Wird es das erste Mal hier oder schon öfters? Also dieses Jahr war das heute das fünfte Mal. Geile Stimmung, geile Situation, geiles Umfeld, alles super hier. Das super Konzert hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es gibt Dauerkarten. Ich würde jedes Wochenende wiederkommen. Liebe Leute, das ist der Schafstall. Tage 2017 mit Vollgas weiter. Wir freuen uns auf euch. Danke! Und wir sehen uns nächstes Jahr, ne? Das hoffe ich. Bis der Helm. Wir freuen uns auf den Schülern. Danke! Bis zum nächsten Mal.